Willkommen auf dem TT-Kanal bei Rump. Mit dabei sind Kundra, Dalu, Flocke, Kapuze und Alex. Ach Leute, ihr müsst mich vorne abschießen. Ja, ich wurde doch abgeschossen. Oh scheiße. Ah, schon wieder einer von den... Oh nein. Äh, nicht so negativ. Ach, come on. Läu. Was war das denn? Ach so, okay. Tschüss von Runden. Wieso halt so schnell auf einmal? Warum ist Volker dahinten? Volker, Volker. Alter. Hör doch mal auf, du Jiggy. Oh nein. Läu. Kundra macht wieder ernst, ey. Oh Gott. Killed Flocke. Killed Flocke. Nein. Ah nein. Ihr wollt nicht verarschen. Wenn ihr nicht besser werden wollt, oder was? Ja. Vielleicht einfach mal ein bisschen besser laufen? Ah, verdammt. Ich hab's dreimal verkackt. Oh, was ist das denn für ne Assi-Bombe? Oh. Oh nein. Assi-Toni. Voll Assi-Toni. Kenn doch wer Assi-Toni. Kennst, äh, Fifty-Friese. Fack. Playboy 51, Mann. Jaaa. Aus Reinigendorf. Na, okay. Genau. Na, was? Alter, was ist das für eine Kacke? Das ist lustig. Ich bin ja in Reinigendorf aufgewachsen. Ich hab's nie gesehen. Ich hab's nie gesehen. Hey, was soll denn der Scheiß? Ich hab den nie gesehen, der Typ. Du bist der. Paper 51, das Reinigendorf. Ja, wenn ihr euch nie... Wenn man euch nicht gemeinsam gesehen hat. Friendship. Oh Gott. Ja, genau. Du bist der aus Reinigendorf. Ich bin da rausgekommen. Aber du gewinnst trotzdem wegen... Nein! Natürlich kann man da runterfliegen. Achter Alex auch. Super, ich hab wieder irgendeinen Checkpoint nicht gekriegt. Du hattest ja schon deine Hand. Ziel, ey. Hatte ich auch. Ich mag quasi schon durch. Reigendorf, meine Hood. 51 aus Fliegehausen. Reigendorf. Da kam was aus. Ja! Nein, ich hab ihn nicht mehr getroffen. Ich bin okay. Ich bin okay. Oh Gott. Das Ziel hat eine große Hit-Range, hab ich mal das Gefühl, ne? Da muss man gar nicht reinlaufen. Und dann hat man nicht so viel Glück. Ja, ihr habt's ein paar Mal verkackt. Wir haben als den Checkpoint verkackt einmal über die Respawn und runtergeschmissen worden. Neue Runde. Ready up. Ready. Ich bin schon zu ready. Trotzdem noch der Letzte. Ja. Was soll denn? Das ist negative Scheiß-Vibe. Hört auf. Was? Scheiß-Vibe? Scheiß-Vibe? Nein, nein, nein. Ach ja. Ja, das ist zu spät. Das hab ich gar nicht gemeint. Das hab ich schon verstanden. Das hab ich gar nicht gemeint. Das hast du gesagt. Nein, ich sag immer negative Vibes. Ja, klar. Ja, ja. Scheiß-Vibe. Scheiß-Vibe. Ja, ja. Dann müssen wir rausschneiden. Nein, das hab ich nicht gemeint. Ich sag immer negative Vibes. Das hab ich nicht gemeint. Ja, ja. Oh shit. Oh nein. Oh nein. Ich hab's dir nochmal verkackt. Ja. Kann meine orbital-Frenge-Frenge-Frenge-Frenge-Frenge-Frenge-Frenge-Frenge-Frenge-Frenge-Frenge-Frenge-Frenge-Frenge-Frenge-Frenge? Nein! Warum werd ich denn gehuckt? Wieso fall ich dann runter, wenn ich dich hucke? Ich... Witzig. Du bist runtergefallen, oder? Ja, runtergefallen. Da libt rein! Nee, ich glaub, Dalu ist runtergefallen in der Sekunde. Verschotten? Wieder? Buben? Ja. Kuda! Was ist das für'n Scheiß hier? Hat Kuda jetzt ein bisschen den Laser abbekommen? Ja, hab ich! So Laser, wie ab geht. Dau, der schießt noch nicht zurück, du bockst! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Scheiße! Du hast geschütter Recht! Au, ab! Alex, Alex! Oh, oh, Alex! The Hooks! Bist du rein? Nee, du bist nicht rein! Schau mal vorbei, Kollege, Turnschuhe! Kann man sich eigentlich umgucken? Dann weißt du was gerne? Kannst du umdrehen einfach. Wenn du mich auffällst, dann kannst du... Nein! Oh Gott, Gott sei Dank. Gunnar ist eh weg, außer es ist... So läuft das. So läuft das. So läuft das. Ah, schade, ich konnte dich nicht mehr treffen. Nein! Du musst mich jetzt ziehen, du hörst, weil ich die Zweite kann! Nein! Ja! Ohohoho! Hinterlumpfung der Vlog erwischt! So was von unverdient. Ja, genau! Genau, Flocke! Was kann ich dafür, wenn du deinen Sprung verkässt? Ey, Alex kriegt so einen French-Pass! Das hab ich nur genommen, weil du aufnimmst! So, das war eine wunderschöne Runden-Folge. Rump, shut up! Morgen wieder vorbei! Da, da! Was soll das? Drei Runden! Ups! Das waren gerade mal drei Minuten bis jetzt, glaube ich. Das passiert, wenn man nicht aufpasst im Briefing. Verdammt! Wir müssen die Folge noch auf zehn Minuten strecken. Ja! Also reden wir jetzt einfach nur noch. Uns geht's dabei gar nicht, also mir geht's zumindest dabei nie um die Werbung. Ich will aber das Video halt auch nicht halt in drei Minuten lang. Zu kurz ist, ja. Ja, das wär echt doof. Deswegen hängst du auch immer noch im Wechseln hinten dran. Also es gibt tatsächlich Video-Formate, wo das sinnvoll ist. Zu kurz, aber nicht bei Gameplay. Ja, genau. Du kannst ja drei Minuten Gameplay sein. Ja, danke, bis morgen. Ja, auch nein, Leute. Äh. Oh. Oh, mein! Das war das Menü. Nein! Genau, das war das Menü. Danke fürs Einschalten. Das war das Menü. Wir blocken nicht. Wir sind hier in der Haping-Einstellung auf 1080p und wir sind im nächsten Video wieder. Wenn ich euch zeige, wieviel Soundstake-Regler es gibt. Ja, genau. Okay. Es geht wieder nicht. Alter! Ganz schön. Die Bombe hat mir vorst... Es geht am Schut nicht! Was ist das für'n Scheiß? Ja, das ist verbuggt, Alter. Äh, Flocke. Hehehe. Entschuldigung, Raleigh. Hehehehe. Ey, was macht das jetzt? Ich finde, du hättest auch mal ruhig, Entschuldigung, Flocke sagen können. Nö! Was ist denn Quatsch? Mich mit dem Buggy Alex zu vergleichen? Der liebe Alex. Der Buggy Alex. Nee, du Alter, so süß ist. Alles verbuggt hier! Ich bin der Buggy-Songer. Ich bin der Buggy-Songer. Wer hat dir was vermient? Warum bin ich wieder fünfmal? Ich hab' ja Beweise dafür! Du hast kein Nix, hast du! Natürlich ist das doch ne Aufmerksamkeit. Das passiert trotzdem immer nur bei dir, Alex! Keine andere kennt die Sachen. Keine andere kennt die Sachen. Ja, ich bin QA-Tester. Nee! Doch? Bleib mir stehen! Bleib mir stehen! Ich hab was für dich! Ja ja! Also ja vielleicht, bei uns auch bei deiner Arbeit, aber ein... Nee, so weit war ich nicht. Das ist jetzt ansteckend. Oh Gott. LOL! Du hast mich im Sprung weggegrappt! Nein! Ich hab's gemerkt! Scheiße! Nein! The fuck! Nein! Kunran! Friendship! Das war noch ne Runde, Scheiße. Weißt du, wir haben noch ne Runde. Was denn? Oh Gott. Hat er einfach die Runden hochgesetzt und... Ja, ich hätt' ja schon gewonnen, also... Ja, das ist richtig. Trotzdem kam das so wenig überraschend. Jeder hat Ready gedrückt. Er stand im Menü. Ja, da liest keiner. Ja, liest keiner. Die AGBs haben wir nicht gelesen. Oh, komm! Was war das denn? Ja, wart. Oh, da steht sogar Final Left. Ja, eben. Wo denn? Ja, dafür musst du erstmal da hinkommen. Oh, Kapuze! Oh, Alter! Das war so krass! Das war's! Ich weiß nicht, was da... Also, was ist da gerettet gerade? Das ist so krass! Aber ich will wenigstens noch Kapuzulo haben. Ich will wenigstens noch Kapuzulo haben. Kapuzulo? Äh, verdammt! Aber das warst du selber. Das warst du selber. Ja, easy! Nee, oder? Nee, oder? Das war... Ich war hier für dich! Die! Ja! Ich war schon im Ziel! Ich war schon im Ziel! Ja, das war aber schon im Ziel! Das gibt's doch nicht! Das ist so geil, wenn dann noch welche weggegrippt werden! Im Ziel! Das wird so schön gewesen! Nein, ich werd auch nicht gegriffen! Ne, ich werd auch nicht gegriffen! Ne, ich werd auch ins Ziel gehuckt! Einfach Flocke was macht! Four! Three! Jaaa! Flocke hat's auch noch geschafft! Und trotzdem... Waa! 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 Das sind ein paar Millisekunden nur! Hundertstel! Was auch immer! So, jetzt der Pop! Fünf Sekunden vorne! Also machen wir noch eine! Ja gut! Wollen wir noch eine? Ja, komm! Eine geht noch! Eine geht noch! Nochmal letzter werden! Mit mir! Ich bin so lieb! Du bist doch gar nicht Flocke, oder? Doch! Ich bin so lieb! Sogar jetzt schon! Sogar jetzt schon! Wird das gezeigt! Da unten rechts! Ich hab's gesehen! Pandas sind zu dick! Um ihn mit dem Hermann wegzuslappen! Hab ich so das Gefühl! Oh nein! Ich hab's riskiert! Alter! Kunnan! Alter! Ich war da noch dran vorbei! Also wahrscheinlich nicht, aber... Ich bin ein Speedracer! Ah Gott! Ja, dankeschön Leute! Echte! Na, a what! Na, Flocke! Was ist denn da los? Hallo, Lavo! Ah! Was war das? Flocke! Wie kann man mit der Axt eigentlich flagen? Alles verpackt hier! Alex hier! Hallo! Wie kann man mit der Axt flagen? Kuh und E! E! Nix geht! Kuh oder E! Kapuze fliegt jetzt erstmal weg! Haha! Der erste Krieg im Moment in Friendship! Was ging nicht? Der Doppelsprung! Kapuze! Du bist genau vor mir, ne? Das ist so ein... Danke! Ich hab dich nur nachgemacht! Alex, du Monko! Ich weiß nicht! Ja? Was hast du davon? Monko, ey! Du bist ein Fick verwischt, Monko! Was hat er gesagt? Vibes! Nee! Du hast beleidigert'n das doch! Ja! Ich hab nichts beleidigt! Ich weiß nicht, ob ich ihn dafür anzeigen möchte, ey! Anzeige es raus! Ich würde nicht scheiß Vibes sagen! Nie! Du hast doch Drecksvibes gesagt! Das würde ich nie sagen! Nee, das war nicht Drecksvibes! Das passt ja nicht! Nein! Jetzt hat er scheißigster Vibes gesagt! Das würde ich aber nie so sagen! Ey! Ich bin da drin! Ja! Wieso bin ich da drin? Wacke! Du kannst auch reinlaufen! Aber weißt du was? Ich hab ihn nicht abgerufen! Ich hab ihn nicht abgerufen! Wenn ich den Checkpoint nicht gekriegt! Was ist das hier? Ach, dann geht der Stern, ja? Nicht darauf hin, dann wird man falsch! Blocken! Du Bobo! Blocken! Warte auf mich! Das war doof! Blocken! Das ist der Kapuze wieder ganz hinten! Ja, und da war... Ganz hinten! Ich hab so was hinten gestanden! Hallo, ich bin der Alex! Nix geht! Scheißspielblödsinn! Ibibibibi! Waa! Wie, das bist doch du? Nee, du bist doch zu. Kommt an der Rakete? Ich hör euch was ganz leises anfangen. Ja, es war an der Rakete. Oh voll. Guck mal, treff mich Kondan, treff mich Kondan in der Luft. Was? Hab ich dich getroffen? Nee, nicht in der Luft. Also du hast mich getroffen, ja. Oh. Mhm. Ah, der Hook geht einfach nicht so weit. Ah. Ich bin festgepackt. Ja. Ja, ja. Fuck. Ey, ich bin der Alex hat mein Schloss. Schnell. Was? Grüß euch, Leute. Letzter hier. Grüße. Natürlich, wir wetten sie selbst weg. Ab ich schon erwähnt ich bin Österreicher, bin der Start. Du bist der Österreicher. Wir sind beides Österreicher du. Alex. Ich wollte dich noch abschießen, ich weiß, ich wollte noch kaputt in der Luft abschießen. Schade. Als du w maidst of me. Wir haben extra gewartet und ziehen unten auf dich. Ach, fickt euch doch. Entschuldigung. Sorry. Nein, diese blöden. Welche, die Mino oder diese anderen? Nee, die großen. Ja, das war's jetzt aber wirklich mit Rump, diesmal wirklich. Schaut mal mit der ganzen Bagage. Schaut mal morgen wieder dabei beim TT-Kanal. Und bis dahin, tschau. Tschüss.